Die Carl Zeiss AG ist ein Unternehmen der feinmechanisch-optischen Industrie. Sitz der Konzernleitung ist heute Oberkochen. Weitere Standorte befinden sich in Jena, Aalen, Berlin, Göttingen, München, Bochingen und Wetzlar sowie in den USA, Ungarn, der Schweiz, Mexiko, Weißrussland, Großbritannien, Frankreich, Israel, Indien und China. Geschichte. Carl Zeiss 1846 bis 1945 Der aus Weimar stammende Mechanikermeister Carl Zeiss eröffnete 1846 eine feinmechanisch-optische Werkstatt in der Neugasse 7. In Jena. Hierfür erhielt er eine großherzogliche Konzession zur Fertigung und zum Verkauf mechanischer und optischer Instrumente. 1847 stellte er August Löber als seinen ersten Lehrling ein, der später Werksmeister bei Zeiss wurde. Ende des Jahres wurden bereits die ersten einfachen Mikroskope in der Werkstatt gefertigt. 1852 beschäftigte Zeiss zehn Mitarbeiter. Der 1860 zum Universitätsmechanikus ernannte Carl Zeiss war mit der Qualität seiner Mikroskope nicht zufrieden. Jedes Mikroskop war ein Unikat. Man hatte zwar große Übung darin, Linsen durchprobieren zu einem vollständigen Mikroskopobjektiv zusammenzustellen, es gab aber keine Möglichkeit, die Eigenschaften eines Mikroskops voraus zu berechnen und gezielt zu optimieren. Der Mathematiker Friedrich Wilhelm Barfuß versuchte zwischen 1850 und 1854 Mikroskopoptiken zu berechnen. Um so die Grundlagen für einen wissenschaftlichen Mikroskopbau zu schaffen, er hatte jedoch keinen Erfolg. Zeiss arbeitete deshalb ab 1866 mit Ernst Abbe, einem Physikprofessor der Universität Jena, zusammen. Diesem gelang es nach jahrelanger Arbeit und Rückschlägen, eine Theorie der Mikroskopoptik aufzustellen. Als weltweit einzige Firma war Carl Zeiss nun in der Lage, Mikroskope mit vorberechneten Eigenschaften zu produzieren. Damit begann eine einzigartige Erfolgsgeschichte. Bereits 1875 beschäftigte Carl Zeiss 60 Mitarbeiter. Ein wichtiges Problem konnte aber von Zeiss und Abbe nicht gelöst werden. Die Herstellung von speziellem optischem Glas, das ganz neue Optiken ermöglichte. Sie arbeiteten deshalb mit dem Chemiker Otto Schott zusammen, den sie nach Jena holten. Nach erfolgreichen Glasschmelzversuchen für das Unternehmen Carl Zeiss bauten sie das Jena-Glaswerk Schott und genossen in Jena auf. Heute Schott AG entschloss sich Carl Zeiss, seinem Freund Ernst Abbe, die Teilhaberschaft an der Firma anzubieten. Roderich Zeiss, der älteste Sohn von Carl Zeiss, trat ein Jahr später ebenfalls in das Unternehmen ein. Carl Zeiss starb 1888 und hinterließ ein bedeutendes Unternehmen mit nun 327 Beschäftigten und glänzenden Perspektiven. Vor dem Ersten Weltkrieg erlebte das Unternehmen einen rasanten Aufstieg, der auch mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges nicht nachließ. In beiden Weltkriegen gehörte das Unternehmen zu den wichtigsten deutschen Produzenten von rüstungs- und kriegsrelevanten Optiken. Unter anderem wurde im Jahr 1912 in Wien eine Fabrik eröffnet, für die in den Kriegsjahren 1916 und 1917 durch den Architekten Robert Oerley ein viergeschossiger Neubau das Zeisswerk Wien errichtet wurde. Nachdem es zunächst zu Konflikten mit den nationalsozialistischen Machthabern gekommen war, beteiligte sich das Unternehmen in den 1930er Jahren an der Aufrüstung. Während des Zweiten Weltkrieges beschäftigte die Firma Zeiss tausende von Zwangsarbeitern. Etwa am Hauptstandort in Jena und in den verschiedenen Produktionsstandorten und Beteiligungsgesellschaften Spaltung. Karl Zeiss in Jena, nachdem sich die amerikanischen Truppen aus Thüringen zurückgezogen hatten, übernahmen die sowjetischen Besatzer die Kontrolle über das Unternehmen und begannen mit der Entnahme von Reparationsleistungen. 1946-47 wurde das Werk fast vollständig demontiert und am 1. Juli 1948 enteignet. Das Jena-Werk wurde als VEB Karl Zeiss Jena in die DDR-Staatsindustrie integriert. Das Dresdner Werk der Tochterfirma Zeiss Ikon wurde ebenfalls enteignet und firmierte zunächst als VEB Zeiss Ikon. Von 1960 wurde es zusammengelegt mit der optischen Abteilung des VEB Feinmess Dresden, die das Bonotar produzierte, zu einer Fertigungsabteilung von Karl Zeiss. 1965 wurde der VEB Karl Zeiss Jena zum Stammbetrieb des gleichnamigen Kombinates weiterentwickelt, dem nach und nach andere VEB der optisch-feinmechanischen und Elektronikindustrie zugeordnet wurden. 1965 wurde der VEB-Ratenohr optische Werke an das Kombinat angegliedert. Weitere VEB gab es in Dresden, Zoll, Gera, Saalfeld, Eisfeld und Freiberg. 1985 kam das Kombinat VEB Pentacon Dresden hinzu, in dem seinerseits bereits große Teile der sächsischen optisch-feinmechanischen Industrie aufgegangen waren. In den 1980er Jahren umfasste das Zeiss-Kombinat 25 Betriebe mit bis zu 70.000 Beschäftigten. Generaldirektoren Hugo Schrade, Ernst Gallerach, Helmut Wunderlich, Wolfgang Biermann, Mitglied des ZK der SED. Punkt. Technologische Höhepunkte des VEB Carl Zeiss 1955 wurde bei Zeiss Jena mit dem OP-REMA der erste in der DDR gebaute Computer fertiggestellt. Von dem nur zwei Exemplare gebaut wurden wurde mit dem Zeiss Rechenautomat ein weiterer Computer vorgestellt, der bis 1964 gefertigt wurde. Ab den 1960er Jahren übernahm ein betriebsinternes Designbüro, das durch den angesehenen Industriedesigner Gerd Böhnisch geleitet wurde. Die Gestaltung aller neu entwickelten Produkte des VEB Carl Zeiss Jena, Mikroskope, Theodoliten, Planetarien, Teleskope, Kinotechnik und andere Geräte zeigten eine einheitliche Designlinie. Zumindest auf dem Gebiet des Produktdesigns sorgten Gerd Böhnisch und sein Team im VEB Carl Zeiss Jena für das, was man heute als Corporate Design bzw. Corporate Identity bezeichnet. Im VEB Carl Zeiss Jena wurde die Maltespektralkamera MKF6 zur Fernerkundung vom Weltraum und aus Flugzeugen entwickelt und gebaut. Der erste Einsatz erfolgte im September 1976 an Bord des Raumschiffs Soyuz 22. Auch Sigmund Jinn, der erste Deutsche im Kosmos, führte damit während seines Raumfluges Experimente zur Erdfahrnerkundung durch. Die weiterentwickelte Version MKF6M kam unter anderem auf der Raumstation Mir zum Einsatz. Nachdem man in der DDR lange nur einfache Optiken für den militärischen Bedarf fertigen durfte, übertrug die Sowjetunion seit den 1970er Jahren zunehmend militärische Entwicklungs- und Produktionsprojekte. Damit gewann das Kombinat zunehmend größere Bedeutung als Rüstungsbetrieb. Eine Vielzahl optischer Militärgeräte wurden hier entwickelt und produziert, so etwa das Universalmessgerät UMGPI für Pioniere. Das Stereo-Nachtsichtgerät PM1 für Pionierpanzer, der Zielsuchkopf der Luft-Luft-Rakete K13M, die Feuerleitanlage Wollner für den T-55A und der Zielentfernungsmesser für den T-72, um nur einige Projekte zu nennen. In den Jahren 1976 bis 1980 belief sich der Anteil der militärischen Produktion auf 5,5% der Gesamtproduktion. 1986 betrug er für das Kombinat Carl Zeiss 21,8%, bis 1990 war die weitere Erhöhung auf 28% geplant. Die Abrüstungspolitik Gorbatschows führte aber dazu, dass die bereits errichteten Fertigungskapazitäten nicht mehr für diesen Zweck genutzt wurden. Deshalb gewann ein anderes Großprojekt der DDR zunehmende Bedeutung, die Bereitstellung der gesamten Ausrüstung zur Herstellung von Mikrochips. Für den 1-Megabit-Chip U61000 wurde dem Kombinat VEB Carl Zeiss Jena auf der Leipziger Frühjahrsmesse 1989 die Goldmedaille verliehen. Ob die Ausrüstung für die Herstellung dieses Chips zu diesem Zeitpunkt serienreif war, ist umstritten. Sicher ist, dass dieses Projekt die finanziellen Möglichkeiten der DDR und das technologische Potenzial des Kombinates weit überforderte. In Jena wurden weiterhin Planetariumsprojektoren entwickelt, gebaut und weltweit exportiert. Carl Zeiss in Oberkochen. Am Ende des Zweiten Weltkrieges war Jena für kurze Zeit durch US-amerikanische Truppen besetzt. Mit dem Abzug der US-Streitkräfte aus Thüringen im Juni 1945 wurden zahlreiche Spezialisten sowie die amtierende Geschäftsführung Jena nach Heidenheim zwangsdeportiert. Am 4. Oktober 1946 wurde in Oberkochen die Opton-Optische Werke Oberkochen GmbH gegründet und ein neuer Produktionsstandort aufgebaut. Am 31. Juli 1947 wurde der Name in Zeiss-Opton-Optische Werke Oberkochen GmbH geändert. Am 1. Oktober wurde daraus das Unternehmen Carl Zeiss. Aus dem Nichts heraus wurden neue Fabrikationsanlagen aufgebaut, die sich anfänglich auf die In der Bevölkerung besonders benötigten Bereiche Brillengläser sowie Mikroskope und Fotooptiken konzentrierte Auswahl technischer Meilensteine Carl Zeiss West. 1949 werden neue Brillengläser gerechnet, welche erstmalig die physiologischen Sehbedingungen des Menschen berücksichtigen. 1950 wurde die komplett neu entwickelte Mikroskop-Modellreihe Standard vorgestellt. Die zur erfolgreichesten und meistverkauften Mikroskop-Generation weltweit wird. 1956 wurde das Elektronenmikroskop EM9 vorgestellt. Das weltweit erste elektromagnetische Transmissions-Elektronenmikroskop mit automatischer Belichtungskontrolle. 1957 wird der Xenon-Lichtkoagulator nach Meierschwickerath vorgestellt. Das erste lichtchirurgische Gerät der Welt und Vorläufer ophthalmologischer Laser. 1969 werden die Fotografien der ersten Mondlandung mit Zeiss Objektiven angefertigt. 1977 wird das Objektiv Esplanar 10-0-Tel. 28 mit einer Auflösung von 1 Mikrometer im weltweit ersten Waferstepper der amerikanischen Firma David Mann eingesetzt. 1982 stellt Zeiss die erste Optik für die Arbeitswellenlänge 365 Nanometer vor. Das Esplanar 10-0,32 ist der erste Schritt in die Nanometer-Welt und Grundlage für Entwicklungen in der Halbleiter-Technologie. 1984 wird das Simultanspektrometer vorgestellt. Das mehrere Spitzentechnologien vereinigt und als eine der 100 bedeutendsten Entwicklungen des Jahres 1984 mit dem amerikanischen I-100-Preis sowie kurz darauf mit dem Innovationspreis 1985 der deutschen Wirtschaft ausgezeichnet wird. 1986 führt Zeiss eine neue Generation von hochmodularen Mikroskopen mit unendlich Optik die Pyramidengeneration ein. Karl Zeiss nach 1990 ab 1990 geriet der VEB Karl Zeiss Jena unter die Verwaltung durch die Treuhandanstalt und wurde von 1990 bis 1991 in die Kale Zeiss Jena GmbH und die Jena Optik GmbH aufgespalten, wobei erstere das optische Kerngeschäft beinhaltete. Karl Zeiss Oberkochen und Jena Optik teilten sich die Gesellschaft der Anteile an der Karl Zeiss Jena GmbH. 1995 wurden die Anteile der Jena Optik von Karl Zeiss in Oberkochen übernommen. Bedingt durch die Unternehmenskrise des Gesamtkonzerns und die Folgen der Wiedervereinigung kam es in der Mitte der 1990er Jahre zu mehreren Entlassungsfällen. In den folgenden zehn Jahren wurde das Unternehmen umstrukturiert. Die größeren Geschäftsbereiche wurden zu eigenständigen Tochterunternehmen mit durchgängiger Verantwortung für Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Für die Halbleitertechnik wurde in Oberkochen ein neues Werk errichtet. Mit Ausnahme des Krisenjahres 2008-09 gehörten die Jahre seit der Jahrtausendwende zu den erfolgreichsten der Unternehmensgeschichte. Konzernstruktur Eigentümerin Nach dem Tod von Karl Zeiss gründete Ernst AB 1889 die Karl Zeiss Stiftung, der er und die Nachfahren von Karl Zeiss ihre Firmenanteile übertrugen. Auch das Jena Glaswerk, heute Schott AG, befindet sich zu 100% im Eigentum der Karl Zeiss Stiftung. Im Stiftungsstatut von 1896 legte AB nicht nur die Ziele der Stiftung fest, sondern auch grundlegende Prinzipien der Unternehmensführung und einklagbare Rechte der Mitarbeiter. Insoweit ist die Stiftung eine Vorläuferin des modernen Arbeitsrechts. Während der deutschen Teilung gab es zwei Karl Zeiss Stiftungen in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland, die jeweils das Alleinvertretungsrecht beanspruchten. Nach langjährigen Rechtsauseinandersetzungen einigte man sich am 1. Oktober 1971 im Londoner Abkommen. Für den Export in LGW-Staaten führten die Geräte aus dem Westen den Namen Obthon. Umgekehrt führten Waren aus Jena außerhalb des LGW-Bereichs den Namen aus Jena. In den anderen Ländern mussten die genaueren Herkunftsbezeichnungen Jena bzw. West-Germany die Produkte unterscheidbar machen. 1992 wurden diese beiden Stiftungen zusammengeführt. 2004 wurde das Stiftungsstatut grundlegend reformiert und die der Stiftung gehörenden Unternehmen in Aktiengesellschaften umgewandelt. Die Stiftungsverwaltung, die von den Wissenschaftsministern der Länder Baden-Württemberg und Thüringen gebildet wird. Er nennt einen aus drei Personen bestehenden Stiftungsrat. Er übt die Eigentümerrechte und Pflichten der Stiftung gegenüber den Unternehmen aus. Die Vorstände der Unternehmen wiederum haben einen Sitz im Vorstandsbeirat und müssen in allen wichtigen Fragen der Carl Zeiss Stiftung gehört. Werden Tochterunternehmen die Carl Zeiss Industrielle Messtechnik GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Carl Zeiss AG, gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Koordinatenmessgeräten unterschiedlichster Bauart, Messvolumen und Messgenauigkeit. Die Carl Zeiss Jena GmbH entwickelt und fertigt individuelle optische und mechanische Komponenten sowie Systeme für Auftraggeber innerhalb und außerhalb der Carl Zeiss Gruppe. Die Carl Zeiss Mikroskopie GmbH bietet mikroskopische Lösungen und Systeme für den Forschungs- und Laborbereich in der Biologie und Medizin sowie für die Materialanalyse an, außerdem Spektralsensoren für den Analytikmarkt. Die mikroskopischen Systeme umfassen sowohl Weitfeldmikroskope und Laserscanning-Mikroskope wie auch Charged-Partikel-Mikroskope. Die börsennotierte Carl Zeiss Meditec AG, die Mehrheitsaktionär ist Carl Zeiss, ist einer der weltweit führenden Anbieter von Systemlösungen für die Augenheilkunde. Die Carl Zeiss SMT GmbH stellt mit ihren Tochtergesellschaften Carl Zeiss SMS GmbH und Carl Zeiss Laser Optics GmbH Produkte für die Halbleiterindustrie her. Die Carl Zeiss SMS GmbH, eine Tochtergesellschaft der Carl Zeiss SMT GmbH, hat sich auf Geräte zur Inspektion und Reparatur fotolithografischer Masken in der Halbleiterindustrie spezialisiert. Die Carl Zeiss Vision International GmbH gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Brillenglas-Produkten, Augenoptischen Geräten und Dienstleistungen für Augenoptiker und Optometristen. Mit dem Zusammenschluss des Augenoptik-Bereiches der Carl Zeiss AG und des US-amerikanischen Brillenglas-Herstellers S.O.L.A. International Inc. entstand 2005 die Carl Zeiss Vision als weltweit zweitgrößter Brillenglas-Hersteller mit Hauptsitz in allen Zielfernrohre, Ferngläser und Spektive werden von der Carl Zeiss Sports Optics GmbH in Wetzlar produziert. Das traditionelle Geschäft mit optronischen Systemen für Wehrtechnik, Überwachung und Sicherheit Die frühere Carl Zeiss Optronics GmbH wurde zum Ende des Geschäftsjahres 2011 zwölftel mehrheitlich von Kersidien, einer Division der EADS GmbH, übernommen. Produkte Fotoobjektive und Industrieoptik sind klassische Produkte der Optik, die auf eine lange Geschichte zurückblicken und dennoch immer wieder Neues hervorbringen. 1923 wurde für das Deutsche Museum in München der erste Planetariumsprojektor gebaut. Seitdem wurden die Geräte stetig weiterentwickelt. Die Videobrille Cinemacer ist ein neues Produkt für einen Zukunftsmarkt. Auf den Gebieten der Vermessungstechnik und der Erstellung und Auswertung von Luftbildern wurden in der Geschichte von Zeiss grundlegende Erfindungen gemacht. Beide Bereiche wurden in den 1990er Jahren in Joint Ventures eingebracht. Heute stellt man nur noch die Objektive für Luftbildkameras her. Seit den 1890er Jahren wurde eine Vielzahl von Geräten zur chemischen Analysentechnik auf optischer Basis hergestellt. Heute umfasst der Produktkatalog der Spektralsensorik zum Beispiel Geräte zum Umweltschutz und vieles mehr. Große Bekanntheit erlangte das Unternehmen Carl Zeiss durch seine astronomischen Instrumente. Hierzu gehören Fernrohre, Spiegelteleskope und Ausrüstungen für Observatorien, aber auch Planetarien. Im Bereich der astronomischen Instrumente stellt Carl Zeiss noch Spiegel unter anderem für Spiegelteleskope und Satelliten her. Punkt. Exkurs. Fototechnik seit 1890 stellt Carl Zeiss' Fotoobjektive her. Mit wenigen Ausnahmen beschränkte sich die Mutterfirma Carl Zeiss auf die Optikproduktion und Entwicklung und überließ die Produktion von Kameras. Den Tochterfirmen Zeiss erhielt ein 1902 dk Sekunden Patent auf das von Paul Rudolf berechnete Tessa Objektiv. Dessen hintere Linsenanordnung im ehemaligen Firmenlogo von Carl Zeiss verwendet wurde. Rudolf beteiligte sich im Jahr 1900 an der Gründung der Palmos AG zur Herstellung von Kameras, der allerdings geschäftlich kein Erfolg beschieden war. Um den Konkurs abzuwenden, übernahm Carl Zeiss das Unternehmen und brachte es 1909 in die neu gegründete ICAAG ein. In der auch die Hüttich AG und die Wünsche AG aus Dresden und die Firma Dr. E. Krügener aus Frankfurt am Main einging. Die ICAAG wurde wiederum 1926 in die Zeiss Icon AG eingebracht. V. E. B. Carl Zeiss Jena Ursprünglich war die Kontextkamera bei Zeiss Icon in Dresden entwickelt und produziert worden. Da die Produktionsmittel in einer ersten Demontagewelle abgebaut worden waren, aber niemals vollständig in der Sowjetunion ankamen, beauftragte die sowjetischen Besatzungsmacht Carl Zeiss Jena mit dem Aufbau einer Fertigung. Ab 1946 wurde in Jena und Saalfeld die Produktion von Kontextmesssucherkameras der Vorkriegsbaureihen vorbereitet. Nach Aufnahme einer Versuchsproduktion wurden die Anlagen nach Kiew gebracht, wo die Kamera unter dem Namen Kiew gefertigt wurde, und damit die Kameraproduktion in Jena wieder beendet. Der V. E. B. Carl Zeiss Jena lieferte einen Teil der Objektive für die Spiegelreflexkameras des V. E. B. Pentakon in Dresden zu, darunter die Context Practina, Praktika, Praktis X und Pentakon X bis zur Einstellung der Kameraproduktion bei Pentakon Anfang der 1990er Jahre. Von 1954 bis 1967 wurde im Werk Eisfeld die Kamera Vera hergestellt. Carl Zeiss Jena nach Aufbau einer eigenen Optikproduktion wurden von Carl Zeiss die Objektive für die Messsucherkameras Context CIA und Context CIA sowie nachfolgend für die Spiegelreflexkameras Contaflex und Conterex gebaut. Nach Übernahme von Vogtländer durch die Carl Zeiss Stiftung auch für deren Kameras. Später fertigte Carl Zeiss auch Objektive für Mittelformatkameras stiftungsfremder Hersteller, nämlich Hassel, Blade und Rollei. Die bei der ersten Mondlandemission Apollo 11 Uhr morgens 21. Juli 1969 verwendete Video- und Fotoausrüstung, mit der die weltbekannten Bilder entstanden, war mit Objektiven aus dem Hause Zeiss ausgestattet. Nach Einstellung der Kameraproduktion bei Zeiss Icon 1972 fungierte Carl Zeiss kurzzeitig selbst als Hersteller der Conterex-Kameras bis zu deren Einstellung. Ebenfalls 1972 wurde der Kooperationsvertrag mit dem japanischen Kamerahersteller Yashica unterzeichnet, der die Lieferung von Objektiven für neu zu entwickelnde Spiegelreflexkameras unter dem klassischen Namen Context, der weiterhin im Besitz von Carl Zeiss blieb, vorsah. Realisiert wurde die Kooperation ab 1974. Jedoch wurde schon bald die Herstellung der meisten Context-Objektive als Lohnfertigung an Yashica übertragen. Diese Kooperation dauerte bis 2005 an und wurde bis dahin um Kompaktkameras, Mittelformatkameras und Digitalkameras des Herstellers Keo Zira, der 1982 Yashica übernommen hatte, erweitert. Carl Zeiss war jedoch in allen Fällen für die optische Konstruktion und Qualitätsüberwachung verantwortlich. So wurde beispielsweise das Zeiss Tessa-Objektiv in den Kompaktkameras der Serie Yashica T2, T3, T4, T5 verwendet. Aktuell bietet Zeiss neben Objektiven für technische Anwendungen und zum Film Wechsel Objektive von 12 bis 135 mm Brennweite für Systemkameras. Verschiedener Marken an. Diese Objektive werden unter Aufsicht von Zeiss Mitarbeitern ebenfalls bei Cousine in Japan gefertigt. Überdies ist Zeiss auch als Zulieferer von Objektiven für Smartphones und Kompaktkameras aktiv. Kritik Kartellabsprachen Im Juni 2010 hat das Bundeskartellamt gegen mehrere Brillenglashersteller und den Zentralverband der Augenoptiker wegen Kartellabsprachen Bußgelder in Höhe von insgesamt 115 Millionen Euro verhängt. Bußgeldadressat in der Karl-Zeiss-Gruppe war die Karl-Zeiss-Vision GmbH, die gegen den Bußgeldbescheid-Einspruch eingelegt hat. Das Verfahren läuft noch. Trivia Historisierende Romane Fritz Scheffel Gläserne Wunder Drei Männer schaffen ein Werk Zeiss A.B. Schott Braun und M. Schneider München 1938 Heinz Sponsel Made in Germany Die dramatische Geschichte des Hauses Zeiss Bertelsmann Gütersloh 1957 Wolfgang Held Die gläserne Fackel Band 1 Mitteldeutscher Verlag Halle 1989 ISBN 3-354-00510-6 Historisierende Film Made in Germany Ein Leben für Zeiss Die gläserne Fackel Fußballklub FC Karl Zeiss Jena Nach dem Unternehmen ist der Fußballklub FC Karl Zeiss Jena benannt, der momentan in der Regionalliga Nordost spielt.